Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, Oh, natürliches Protein, geschmacklich besser als das Erbsenprotein Contra, fragwürdig ob das wirklich spezielles Protein ist, oder einfach nur schlecht gemahlene Kürbiskerne, löst sich im Prinzip nicht auf, sehr teuer. Wenn man jeden Morgen einen Shake trinkt ist dieser Mini-Packung schnell leer. Fazit, auf keinen Fall zu empfehlen. Wer richtige Protein-Shakes gewohnt ist wird enttäuscht sein. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.